Grüß Gott, mein Name ist Tom Stark. Ich bin evangelischer Pfarrer im Innviertel in den Bezirken Ried im Innkreis und Scherding. Ich bin 36 Jahre alt, verheiratet. Meine Gemeinden sind klein, auf einem großen Gebiet. Ich bin viel unterwegs, im Auftrag des Herrn sozusagen. Ich glaube, Energie ist die Reaktion auf ein Gefühl oder einen Impuls. Energie kommt aus mir, aus den Menschen. Energie kommt aber auch von außerhalb. Energie kommt, glaube ich, von Gott. Leben heißt für mich in Beziehung sein. Zeit ist gestern, heute, morgen. Zeit ist das, was bleibt und das niemand hat. Bisschen, manchmal. Gott würfelt nicht im Sinne eines Glücksspiels, aber ich glaube, dass Gott durchaus einiger Variablen offen lässt.